In einem Fahrzeug in der Nähe sitzt ein gefangener Rebell Rico. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit. Passen Sie doch auf! Kinder fliegen ständig irgendwo rum. Rico, du bist gewachsen, seit ich dich zuletzt gesehen habe. Danke für alles, was sie für uns tun, Rico. Ich bin soweit. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst. Danke. Danke. Danke.